Da ist ein Kuh. Ja, ich kann Feuer, Mann. Komm her! Ja. Wir gehen noch den Behälter ab. Alter, er macht auch einen Low Kick, Alter. Wir gehen noch. Das ist wirklich schickant. Was sieht man in das? Wir sehen doch hier aus. es kommt wieder zu, ok 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 aia warte ein secret äh Das ist ein Geld, das ist ein Gott, das ist schon so eine Nase. Was ist hier der Rosentis? Das ist voll gerade meine Dinger. Sieht so fass aus. 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 Oh nein. Sieht so fass aus. 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 Woher sie ihre Nährstoffmischung bezieht. Und streckt ihren Stängel in diese Richtung. Was? Schatz, was gibt's zum Abendessen? Sie haben was. Warte, ich bereich für was. Was ist das? Was ist das? So. Saug mal alles ein. Wo ist der Leck? Ja, ich hab die Shader nicht ordentlich geladen. Ich glaub, das wird kein Problem. Ich hab bis bei 50% abgebrochen. Was ist denn mal mit diesen Shader? Das ist momentan in diesem Spiel. Sind die so groß, dass sie ja Shader. Shader sind's. Das ist los. Fass mich nicht an. Guck mal den bisschen. Oh ja. Was sind das für eine Klapperdinger? Oh nein. Sieht schon alles ekelhaft aus irgendwie. Hat ein bisschen was von dem eingerommen, ne? Ah komm, scheiß. Scheiß auf Wasserstoff. Ich muss grad irgendwie gucken. Ah. Warte mal, ich muss erstmal hier irgendwas gucken, ne? Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen scheiß Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Ah, jetzt bin hier irgendwie schön. Perfekt. First, also first right. Nice. Aber ich war mal schon, ne? Von hier kommen wir doch. Wir haben hier. Oh, nein. Oh, nein. Wir müssen uns feststellen. Oh, nein. Ich bin nicht so. 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 Komm zu Papa! Aua! Der Fudler! Ich fahr die Kippe! Ich fahr die Kippe, ich fahr die Kippe! Ich fahr die Kippe! Klappe! Äh! Nein! Boah! Wieso haben wir das? So, noch einer da! Scheiß Ding, Alter! Ja, aber wo kommen wir denn jetzt hier hin? So will ich doch gar nicht lang! Du bist doch gar nicht lang, oder? Ein Jammer, dass es so enden musste! Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte! Es hieß immer, zu den Sternen! Strahlende Zukunft! Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken! Wie lang ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste! Aber es muss schon eine Weile her sein! Mindestens ein paar Tage! Ich erwischte es als ersten! Laborroboter Nummer 42 war der Übeltäter! Ich wollte gerade Kaffee holen, als er mich am Hals packte! Und ihn mir umdrehte! Denn... Tut mir leid! Muss los! Laat mir zu viel! Wart mir hier komme daher, ne? Hey! Wie ist doch der Baum! Boah, hier waren wir doch schon! Hey, warte mal! Warum ist denn hier alles wieder voll mit den Viechern? Hier waren wir doch schon! Krass, was ist das denn hier? Hier ist noch mal mit ihm! Ich hab grad gehört! Wie wichst? Scheinbar! Kann man zu machen! Achtung! Alle Mitarbeiter, die ihre Mitteilungen erhalten haben, müssen sich bis Ende des Tages bei der Sozialreform wählen! So, warte! Machen wir weiter! Das war natürlich mein Sohn! Das war natürlich mein Sohn! Komm mal! Tausend andere Sachen! Nein! Hier lang! Warte mal! Uh! was? Ja! Weißt du, ja! Quetschen einschließlich uns Jetzt hier Boah Sechsäcke Ach scheiße Wo ist das denn? Noch so ein armes Schwein Hat sich das falsche Versteck ausgesucht Hier ist irgendwo ein Mutant Hier wird er uns nicht finden Wir sind in Sicherheit Oh Das Licht ist ausgegangen Ich habe irgendwie keinen Bock zu reden Es gibt Paranoia hier Hey Charles Wenn ich getötet werde Verwandle ich mich dann auch in einen sprechenden Toten? Liege ich in der Ecke und brabele unverständliches Zeug vor mich hin? Schwer zu sagen Einerseits hast du keinen Neuro-Polymer-Speicher Andererseits wurde dein Körper einem hohen Maß an Polymerisation unterzogen Also Ja oder nein? Uns fehlen die Daten, um das mit Sicherheit sagen zu können Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden Äh Nein, danke Ich verzichte Wir müssen uns beeilen Schöne Scheiße, ich versuch's ja Wir müssen jetzt zurück, oder? Schöne Scheiße, ich versuch's ja Okay. So, it's one of us. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. We're going to need this. hat das da ruf spotten Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Geht das hier auf? Die Pestizidwerkstatt führt entscheidende Forschungsarbeiten im Bereich der Schädel. Oh shit, da komme ich schon da hin. Geht das hier auf. Geht das hier. Geht das hier. Geht das hier. Pestizid-Anzeige lösen. Jetzt bei zwei Prozent. Wir werden alle sterben. Von mir aus, du zuerst. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Was zur Hölle dauert denn so lange? Erstickern dein Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter? PA 400 ist auf. Uns nicht, was einfällt. Sind wir tot? Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du ne Ahnung, was ich alles tun musste, um den Heer zu schaffen? Scheiße, nicht so. Das bringt ihn nicht um. Du solltest ihn hochjagen. Verdammt, was tun wir jetzt? Das ist wahr. Das Polymer anzünden. Mit einer Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stürb, Drecksding. Einer Scheiße, er dreht durch. Er ist gut. Wir müssen weg, bevor er... Börse! Nein, es ist Bossfight. Wir sind nicht in Bossfight. Ach, verdammt! Mein Bein! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Es sind zu viele! Beeil dich! Ich versuch's ja! Erwischen sie uns, Vastas! Kippt etwas da! Stär auf! Stär auf! Ich versuch's ja! Ich versuch's! Nein, nein! Der hilft ja in uns, ne? Was ist weg? Nein, nein! Halt durch, guck mal! Ich komme! Oh, Kacke! Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Er ist mutiert! Du merkst aber auch alles. Schönes Sein! Züngchen ab. Meine Fresse war das abgefahren. Oh. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts? Was soll es sein, Major? Waffen! Jetzt will ich sie. Was geht denn jetzt ab? Nicht gut nur aus dem Haus. Die anderen habe ich, ne? Oder? Ne, Gott, die habe ich doch gar nicht. Ausreichend PM. Das ist die gute Frage, ne? Ich habe es in der dritten Mal. Und die andere haben. Dann habe ich den T COLT! U-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Nee, geht nicht mehr. Auch gut. Die Axt. Schon mal verbessert. Da kann man nichts mehr. Okay, haben wir das in der Kamera? Okay. Bitte Vorgang auswählen. Was sind denn da jetzt auf einmal? Charakter. Ja, das ist nicht schlecht. Inament nicht verfügbar. Hey, wieso? Warum ist das in der Moment nicht verfügbar? Jetzt kann ich nichts machen. Ach so, jetzt gehts. Ah, ich muss da draufklicken. Jetzt habe ich keine. Ich muss noch mit die anderen Sachen einsetzen. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Es ist nicht mehr. Ich bin ja. Bis zum nächsten Mal.